Ruhe Sagen Sie sich gleich zu Beginn, wie Sie sich nach diesem Übungsprogramm fühlen möchten. Denn so können Sie am sichersten überprüfen, wie gut Hua Shan Shigong Ihnen hilft. Ruhe kommt von selbst. Jeder Mensch hat eine äußere und eine innere Stimme. Eine innere, ruhige Stimme. Hören Sie jetzt auf Ihre innere, ruhige Stimme. Den ganzen Tag sprechen wir mit uns selbst. Wir denken ständig. Aber eigentlich sind die Gedanken wie ein Inneres Sprechen. Wir können innerlich die Gedanken aussprechen. Innere Bilder hinterlassen Spuren in Körper und Seele. Können Sie sich jetzt vorstellen, alte Bilder gegen neue auszutauschen? Heilsame, nachhaltige Bilder. Innere Vorstellungen haben die Tendenz, zur Realität zu werden. Deshalb denken Sie sich gesund. Waschen Sie den Körper innerlich durch. Denken Sie, was Sie wollen, wenn Sie an Bilder der Heilung denken. Denken Sie an die Zeit, als Wünsche noch in Erfüllung gingen. Sie können jetzt die Aufmerksamkeit nach innen richten. In den Körper hineinfühlen. Man fühlt dies und man fühlt jenes. Jetzt das Gefühl ruhen lassen, auf einem Punkt im Körper. Die Region des Körpers, die sich jetzt am wohlsten fühlt. Wo im Körper können Sie jetzt am ehesten Ruhe finden, wenn Sie die Aufmerksamkeit nach innen richten? Sie brauchen nichts zu verstehen und machen es sich wirklich angenehm und erleben einfach, wie Sie ein Maximum an Stabilität und ein Optimum an innerer Freiheit gewinnen. Mit jedem Ausatmen gehen Sie einen Schritt tiefer in Entspannung und jedes Einatmen erfrischt Sie. Und so tut Atemzug um Atemzug einfach nur gut. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Körper von einem unsichtbaren Energiefeld umgeben ist? Wie eine Schutzschicht aus pulsierendem Licht. Lassen Sie die liebevollen Strahlen Ihrer Aufmerksamkeit auf Ihren Bauch scheinen und beobachten Sie, wie dort das passiert, was passiert, wenn die Strahlen der Frühlingssonne auf die Kirschblüten scheinen. Nun kann es sein, dass Sie die Wärme zuerst in den Händen spüren. Ist die rechte Hand wärmer als die linke oder ist die linke Hand wärmer als die rechte? Oder sind beide Hände gleich warm? Atemzug für Atemzug nehmen Licht und Energie um Sie herum zu. Je deutlicher Sie diese Schutzhülle um sich herum fühlen können, umso erfolgreicher ist Ihre Übungspraxis, weil Sie sich Ihrer Kraft bewusst werden. Können Sie spüren, wie Ihre Glieder immer mehr Freude an der Bewegung bekommen? Können Sie bemerken, wie sich Ihre Wirbelsäule Stückchen für Stückchen streckt? Wie die Muskeln sich lockern und wieder zu atmen beginnen und mit jedem Atemzug mehr Sauerstoff in jede einzelne Zelle flutet Blockaden lösen sich, Verkrustungen fallen ab, Erleichterung breitet sich aus, Wo in Ihrem Körper können Sie jetzt am ehesten Ruhe finden, wenn Sie die Aufmerksamkeit nach innen lenken? Was können Sie tun, damit Sie sich jetzt noch wohler fühlen? Wie würden Sie sich bewegen, wenn Sie bereits jetzt vollkommen entspannt wären? Wo können Sie noch mehr loslassen? Und wie würde Ihr Gesicht aussehen, wenn Sie jetzt tiefen, inneren Frieden empfinden würden? Ganz entspannte Gesichtszüge All die Muskeln um die Augen herum lösen sich, Spannungen fließen ab, Ausatmend die Hände mittig vor dem Bauch senken, einatmend außen vom Bauch hochkreisen, die Hände berühren den Körper nicht, einatmend rechts hochkreisen, ausatmend links runterkreisen, und nun beginnst Du Deine Übungen ausklingen zu lassen und wirst mit jedem Atemzug klarer und frischer. Diese heilsame Entspannung kann in den Bereichen des Körpers, denen es gut tut, verbleiben, während Sie vom Hals an aufwärts hellwach sind. Die Energie wird im Bauch abgespeichert, unten schwer, oben leicht, unten voll, oben leer, unten fest, oben elastisch, unten warm, oben frisch. Durch den Mund ausatmend senken, eine umarmende Bewegung und Hand auf Hand auflegen, auf dem Bauch das Hauptenergietor abspeichern. Und als Herrt geworden dest sequenziert ist, und dann schön auf den Bauch das Hauptenergietor und dem Bauch der Bundeskραfer und ichwhere die confronting, ausatmend zijn dürüst und Wasser